Donner, Jakari, kleine Donner, ist dein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da, Jakari, Jakari, Jakari. Siehst du, Jakari, der Winter ist doch noch nicht gekommen. Sag mal, kleiner Donner, findest du nicht auch, dass die Zeit gerade viel zu langsam vergeht? Wieso zu langsam? Naja, ich wäre lieber endlich schon so groß und stark wie mein Vater. Da vorn ist jemand. Ein Bison. Oh, aber den da kenne ich doch. Müder Krieger. Der zum Beispiel will nie schnell irgendwo hin. Ein B. Hey. Ein B. Ein Bison. Jetzt hat er es eilig. Was ist mit dem Bison? Warum ist er nicht bei seiner Herde? Komm, wir fragen ihn. Was hast du? Bist du krank? Kann man denn hier nirgendwo endlich auch mal seine Ruhe haben? Bist du allein? Wo ist deine Herde? Lass mich. Ich möchte nicht gestört werden. Wir wollten dir doch nur helfen. Komm, kleiner Donner. Der freundliche Bison möchte lieber allein sein. Nein. Also lassen wir ihn. Halt! Wartet! Bitte verzeiht mir. Ich bin auf der Wiese geblieben, weil ich mit meiner Herde nicht mehr Schritt halte. Ich glaube, jetzt ist mein letzter Tag gekommen. Heute. Dein letzter Tag? Bevor du fortgehst, weil es Winter wird? Nein. Ich denke, es ist der letzte Tag meines Lebens. Oh, äh. Weißt du, weißt du genau, dass es der letzte ist? Nein. Das wissen wir erst, wenn die Nacht vorüber ist, die Sonne sich wieder über den Bergen erhebt und ein neuer Tag beginnt. Ich mag ihn gar nicht allein lassen. Wenn Wölfe kommen, wird er sich nicht wehren können. Stiller Fels, wie merkt man, dass für einen der letzte Tag gekommen ist? Eine seltsame Frage, die ein so junger Mensch da stellt. Naja, ich werde ja auch langsam alt. Alt? Stehst du denn jeden Morgen mit schmerzenden Gliedern auf? Verschwindet die Krabbeln der Ameise unter deinen Augen und hörst du nicht mehr die rauschenden Blätter der Bäume in deinen Ohren? Äh. Oder spürst du, wie deine Knochen morsch werden, die Haut faltig und die Sehnen steif? Wie dir die Luft knapp wird? Nein. Also ist dein letzter Tag noch weit. Sehr weit. Ja, so alt bin ich dann wohl doch noch nicht. Ein großes Rund ist das Zelt des Himmels, so wie die Sonne. Und der Reigen der Jahreszeiten ist ein ewiger Kreis, rund wie die Nester der Vögel und die Tipis der Menschen. Das Leben ist ein Kreis von Kindheit zu Alter. Und dann beginnt es alles wieder aufs Neue, sodass wir am Ende unseres Lebens alle wieder so zerbrechlich werden wie ein Baby, wie ein Zweig. Warum besuchen wir den alten Bison nochmal? Ich will wissen, ob es wirklich sein letzter Tag ist. Für nicht können wir vielleicht noch was für ihn tun. Dem alten, grießgrämigen Bison helfen? Aber wozu denn? Er hatte uns doch weggeschickt. Bison? Er hatte also recht. Es war wirklich sein letzter Tag. Siehst du, wir hätten genauso gut auch... Ich fühle mich viel besser. Na, ihr zwei seid schon wieder hier? Also, dann war das nicht dein... Mein was? Gestern warst du doch so krank und hast gesagt, dass das vielleicht dein letzter Tag ist. Hatte ich das wirklich? Stimmt, du hast recht. Ach ja, weißt du, in meinem Alter neigt man dazu, sich Sorgen zu machen. Gehst du dann zurück zu deiner Herde? Ich habe ihnen gesagt, ich bleibe hier, denn sie müssen über die Berge bevor Schnee fällt. Sie sind sicher schon weit. Für mich ist es zu spät. Nicht doch. Wir helfen dir. Wir bringen dich hin. Hey, und wer fragt mich? Das tust du für einen alten Bison, den du nicht mal kennst. So können wir uns doch prima kennenlernen. Das ist die erste Etappe. Wir müssen Rast machen, um Kräfte zu sammeln. Diese Stelle habe ich auf meiner zweiten Wanderschaft entdeckt. Ach, oder? War es die dritte? Ach, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wächst das Gras hier viel länger. An keinem anderen Ort ist es so saftig. Ah, das wird dir bestimmt auch gefallen, kleiner Donner. Ach komm, jetzt sei nicht sauer. Das wird nett. Na gut. So holen wir deine Herde nie ein. Ach, die Jugend. So voller Ungeduld. Man muss jeden Moment auskosten. Das Leben genießen wie die Prärie. Ihr Jungen wollt immer schon dort sein, wenn ihr noch hier seid. Das Gras genießen? Aber ich bin doch kein Pony oder Bison. Lass die Zeit uns hier einmal genauer hin. Na, wer sagt denn, dass hier nur Gras zu finden wäre? Oh, Blaubeeren. Da, man muss seinen Blick schulen. Die sind aber wirklich so lecker. Das sind Spuren einer Bisonherde. Wölfe. Ich werde mit ihnen reden. Sie sind die schlimmsten Feinde der Bisons. Und der Pony ist auch. So ist es besiegelt. Mein letzter Tag ist nun gekommen. Wir können in den Wald laufen. Warum doch? Wenn die Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Wir holen Holz und machen Feuer. Das vertreibt die Wölfe. Zwecklos. Das schaffe ich doch nicht. Ich fühle mich so, so unsagbar schwer. Ich habe mich überrascht. Na los, jetzt komm schon. So ein starker Bison geht nicht auf. Du hast recht. Es will nicht brennen. Damit ist es endgültig klar. Mein letzter Tag ist gekommen. Und meiner wohl auch. Nun mach schon, Jakari. Ja. Bitte? Was sagt ihr dazu? Ja. Jakari, Jakari, Jakari. Die Wölfe. Oh, nein. Oh nein. Weißt du, ich kenne einen anderen Weg. Ja, das mag sein, aber ich bin noch nie einen anderen Weg gegangen. Wozu sollte ich jetzt meine Gewohnheiten ändern? Wir müssen schneller gehen. Ich kann nicht mehr. Ich bin zu alt. Du schaffst es. Hilf mir, kleiner Donner. Na los, du schaffst es. Weiter, nur noch ein Stückchen. Da kommt jetzt wohl wirklich unser Ende. Kommt hierher. Wisst ihr, das erinnert mich an ein Spiel aus meiner Zeit als junger Bison. Das war lustig. Oh. 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 Vielen Dank.